Einen wunderschönen guten Tag. Ich wollte euch mal ein paar Impressionen von der St. Wendler Kerbzeile. Die ist nämlich jetzt wieder die Dauwoch. Und ich bin als Kind sehr gerne auf die Kerb gegangen in unserem kleinen Ort. Mir hat ein Haufen Zeich gehabt, obwohl wir nur ein kleiner Ort waren. Ich war dann jahrelang gar nicht mehr auf die Kerb, falls mich nicht interessiert hat, sauf oder so, oder nicht eh nicht. Und seit ich jetzt Kinder habe, gehe ich eigentlich jedes Jahr auf die Kerb. Wobei mein Großer, der macht nur Endeangler. Der will eigentlich nichts fahren. Finde ich eigentlich schade. Ich weiß nicht, ob er Angst hat. Aber als Kleinen, das ist deutlich für euch umso mutiger. Es hat ja sowieso total anderer Charakter. Und das ist auch heute mit mir zum Beispiel Endtour Autoscooter gefahren. Leider nur Endtour. Ich habe vier Karte gehabt. Es wollte aber anscheinend nur ein Mal. Es ist noch eine Ersttour, es ist rausgelaufen zur Mama. Ich habe es nachher gefreut, was es hat. Und dann habe ich gemeint, wir wollten dann zu Gärer angeschnallt gehen. Aber das muss ja sein. Und Karussell ist noch Gefahr. Und obwohl man nur drei Chips hatte, ist es fünfmal Gefahr. Weil es ist einfach nicht kontrolliert worden. Naja, klicken wir es mal an. Das sah ich schon öfter. Ist auch so. Und ich wünsche euch jetzt noch viel Spaß mit ein paar Impressionen von der St. Wendler Kerb. Allez, machen Sie es gut. Und ich wünsche euch jetzt noch ein paar Minuten. Und ich wünsche euch jetzt noch ein paar Minuten. Und ich wünsche euch jetzt noch ein paar Minuten. Und ich wünsche euch jetzt noch ein paar Minuten. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.